ARI Magnesita produziert feuerfest Steine und feuerfest Bedone, die bei Hochtemperaturprozessen die Anwendung finden, das ist zum Beispiel in der Stahlindustrie oder auch in der Zementindustrie. Ich würde sehr gerne sagen, dass Magnesita eine Empresa, die Innovation produziert. Auf meiner Visitenkarte steht Gregor Lama, Christine Wenzel, Vinicius Almeda, Sincha Wolfensberger, Neha Chen, Alexandro Pia, Gernot Hackl, Dösch Kai, Produktmanagement, Continuous Casting Technology, BRHI Magnesita. Das Coolste an meinem Job ist definitiv, wenn ein Plan funktioniert. Hier kann eine Person entscheiden, in welcher Richtung er oder sie weiterentwickeln will. Ich kann wissen, dass ich die Entscheidungen mit Menschen zu influenzieren kann. Tag zu Tag machen wir verschiedene Steinformate. Und die Kombination mit Industrie 4.0, mit Hightech, mit Künstlicher Intelligenz macht das besonders spannend für mich. Man sollte flexibel sein. Dadurch, dass du in Lyon nicht täglich mit den gleichen zu tun hast, musst du einfach umdenken können. Die Ideen die größte Dinge, die du denkst, die du hast, kannst du konkretisieren, weil wir haben einen Team sehr kaputt. Ich denke, was die wichtigste ist, dass die Person in einem internationalen Umgebung arbeiten ist, ist sehr offen und hat eine Problem-solving-Antitudine. Deshalb Lalonde, von 있다고 ha- und lohne es gibt. also